ja so weiter geht es wir haben hier dieses kleine aek das ist echt brutal ich mag es nicht so einfach ist es und der waffe ist ein schrottflinter ob wir sie brauchen hoffe ich nicht das teil hat einen rückstoß aber hatten hat ein medium großen magazin also wird die vorraten würde ich sogar schon fast mehr erwarten aber ja und wir gehen mal kurz die entdeckung mit der körper nach da dann gehen wir jetzt hier einfach durch den rauch acht bots können durch den qualm sehen der wunderbar also durch den rauch damit kann ich nicht rechnen und ja 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 Okay. Ein. Haben wir. Das gibt uns Regeneration. Soviel ich weiß. Ich wusste nicht, dass man da hoch kann. Das ist neu für mich. Cool. Hier würde ich nicht hin. Doch. Hier würde ich tatsächlich hin. Aber ich will eigentlich hier hoch. Na, Rauchgranaten sind zum Kotzen. Aber es ist irgendwie unbefriedigend, die Gegner hier so gestrappt zu haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber gut, die Bots sind hart. Die Bots sind wirklich hart. Ich weiß auch nicht, das Artefakt bringt mir jetzt. Okay. Der hat natürlich eine bessere Waffe als ich. Ich glaube, er hat hier mit einer Tier-3-Waffe rum. Er hat hier diese sehr overpowered Waffe. Keine Ahnung, ob der hier irgendwo sitzt. Sieht der hier so wenig. Leute, welche mit Rauchgranaten spielen. Ich verstehe es nicht. Gut, bleiben wir mal hier oben. Da drüben sehe ich jetzt niemanden. Natürlich kann man hier so durchschießen. Wenn man damit klarkommt, wie das aussieht. Schön, Double-Kill. Und anstatt, dass ich jetzt meine Heil-Items benutze, nutze ich einfach meine Blume, a.k.a. mein Artefakt, was mich relativ schnell hochheilt. Den haben wir auch, easy. Hab mich nicht mal kommen gesehen. Wait. Ah, den habe ich nicht gesehen. Okay, der MP7. Gute Waffe, gefährlich. Ich verstehe das Scope da drauf nicht. Also das wirkt etwas befremdlich. Aber akzeptiere ich mal. Schaut sauber aus. Wir ziehen einfach weiter. Wunderbar. Jetzt haben wir erst die 10er-Serie und die Runde ist schon halb um. Oh, da drüben ist ein Lieblings-Artefakt von mir. Gerade. Perfekt. Der kommt für mich. Ah, von der Seite. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass der einfach mich umläuft. Die meisten Leute machen sowas nicht. Die meisten Leute sind zu schlecht da drin. Der Kerl ist gut. Der weiß, was da zu... Ah, ha, 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 ha. Ich habe zum Glück nicht durchgezogen. Da oben. Hätte ich jetzt erwartet. Ah, da kamen wir nicht mehr weg. Alter, die Bots. Durch Rauch oder was? Ne, doch nicht. Ja, die Bots sind teilweise sehr gefährlich. Unter uns. Über uns. Jo. Das nehme ich wohl so hin, weil was anderes kann ich ja nicht machen. Dieser Gang ist mir neu. Der Gang ist mir komplett neu. Wann wurde der denn eingeführt? Da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass da ein Gang war. Ich habe gerade gar keine mehr. Ja, dann kriegt man einen direkten Headdy. Wow. Der Kerl ist crazy. Man wird von allen Seiten angeschossen. Das ist mein Team. Ist auch nicht ganz dabei, sozusagen die Flanken zu halten. Wir werden also entweder... Alter. Am Anfang dominieren wir jetzt, wenn wir zurückgedrängt. Na gut. Okay, den haben die. Immerhin. Wer der mir am meisten Probleme macht, den haben die bekommen. Ah, ich bin tot. Schade. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es noch rübergeworfen bekommen habe. Ne, habe ich glaube ich nicht, aber die sitzen jetzt wohl im Spawn. Oh, ist an seinen Kopf abgeprallt und da in der Luft geflogen. Hat also keinen Schaden an ihm ausgerichtet. Ausgemacht. Nein, da wollte ich doch gerade einen sammeln. Da sitzen da oben wieder welche. Der Ort ist mir aber auch neu. So. Hätte ich mal wieder einen Kill. Oh, das ist mir. warte von wo da habe ich wirklich nicht gesehen muss ich ganz ehrlich sagen das sind manchmal so eine spot sind dieser runde das ist aber dieses typische sovario mittlerweile wird hart gekämpft game oder was aggressiver viel aggressiver heutzutage ist es wirklich viel einfach nur rumsitzen und gucken wer die besten spots kennt aber gut dieser ausgang hier liebt wenn ich hier kämpfe ich weiß nicht warum weil jemand hier rum möchte eigentlich ich glaube ich hänge hier noch mal eine runde dran sie war jetzt nicht so atemraumt was hat das war ein bot ok ja vergessen wir auf dieser map jetzt erstmal die artefakte versuchen wir noch ein bisschen die leute zu kriegen mit den crazy spots die hier haben ich mag das artefakt hier weil wir jetzt auch hätte und angeschossen dass sie überlebt hätten wegen schadens direkt flower aber sie kommt nicht gegen regen knappe sache aber ich muss ganz ehrlich sein das war knapp mit seinen zwei hp aber gut ich hoffe meine team hat melz haben ihn bekommen wobei wir jetzt bei so 25 sind ich glaube dann lasse ich das einfach wenn wir 25 gameplay haben dann werde ich einfach das gameplay lassen sonst hänge ich noch was ran weil so gerne spiele ich diese aek eigentlich nicht weil sie ist auch nur auf manchen maps gut und die maps auf denen sie gut ist das sind 99 prozent der camper maps falls close quarter ist dann sehen wir jetzt ja mal ob da noch was rangehangen wird da wird auf jeden fall noch was rangehangen youtube vector lab weil sie sehen aus nach unten will ich nicht auch wenn es wahrscheinlich mit dieser waffen auswahl schlau wäre das hier ist tdm also kein grund nicht hast du ihn dann hast du nicht nachher mal keine zahlen mittlerweile auch nach unten ich weiß nicht seit wann ich glaube die campen hier ich mache mal mein laser aus damit sie mich nicht um die ecke kommen sehen ist nämlich kritisch wenn sie halt den blöden laser sehen nur ein artefakt dann nicht mehr mal eben das ist bewegungsspeed ok ok wenigstens haben wir den einen bekommen diese waffe habe ich auch noch nie gehabt das ist halt so eine typische premium waffe ok bewegungsspeed haben wir jetzt ist nicht top und jetzt da hinten wirklich in der alter ich habe mich sogar mit der granate jetzt ist schluss mein gott muss ich mal ganz ehrlich sein ich würde ihn da sogar noch mal hingehen lassen wenn ich merke dass er hier vorbeikommt um ihm dann diese granate in die fresse zu werfen oh das hier ist neu das loch wir haben die maps echt gut umgebaut muss ich sagen die umbauten der maps gefallen mir oh mein gott die waffe ist gut sie wirkt wirklich gut muss ich sagen auf die habe ich eh schon so mittlerweile ein auge geworfen oh mein gott oh mein gott ja das war dumm jetzt aber nochmal sich so anzuschauen gefällt mir kann ich mich nicht drüber beklagen oh 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 ich kann mich nicht so lange in der hand behalten dann droppt sie einfach in mir okay das ist natürlich blöd aber wenn ich es richtig gesehen habe müsste ja hier eine liegen noch ja nehmen wir die einfach nochmal mit das ist ja sowas man lernt dazu ah da habe ich veraimt da hat man richtig gesehen wie ich links daneben geschossen habe aber die glock ist ok also scheinbar haben die jetzt nochmal die leute alle schön geschoppt oder die wir hier immer am shoppen waren haben wir sich welche besorgt ich glaube wir werden gespawnt ach komm bitte sagt mir dass ich getroffen habe ja ich habe ihn mit dem artefakt erledigt ha 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 wunderbar ah ich weiß ich weiß das war ein bisschen useless das artefakt weil ich bin dabei drauf gegangen ich hätte das auch besser machen können so dass das artefakt mich nicht mit umliedert aber ich habe es auf f1 warum auch immer ist es auf f1 ich muss mich nochmal ändern laufen da unten lang der selbstmord war nicht verabsichtigt ich wollte einen besseren blick nach unten haben halt komm du kannst hier über den zaun springen eigentlich ok spiel dann nicht ich nehme das ja ja gerade da hat man eine schadensreduktion aufgebraucht der war über mir das habe ich nicht gehört ich dachte der wäre neben mir da nehme ich auf jeden fall gerne das ist free heilung beschweren kann ich mich über free heilung auf jeden fall nicht den haben wir auch das war ein free kill ja da hat jetzt aber free heilung mir auch nichts gebracht jetzt war das eine free combat heilung sogar also die kann teilweise sogar schön gegen hier ich muss mal gucken ob hier wieder der camper sitzt ja tatsächlich ja ist das der sogar ich habe mich aufgepasst wie der heißt weil ich hasse der camper aber es kann ja gut sein ok er wurde ausgeschaltet benutzen mal kurz die live hier wir wissen ja kommt immer wieder her das heißt also ich mache mal ein off campi ich hoffe dass er nochmal herkommt ach oder lassen wir abwarten oh mein gott der hat mich bypass bereits ach komm schon das war mein free kill ja und der kerl hier der ist crazy aber ja gut aber trotzdem ein free kill den er da gerade weg gemacht hat was boah die campen da echt ja gut aber gut lassen wir sie campen gehen wir weiter ich meine das ist nur der zweite teil für die waffe ich finde die waffe ist eine medium waffe wir spielen hier im heiltierbereich die ist eher so für mit tier also ja bedingt ist sie eigentlich dafür nicht gedacht aber sie kann sich relativ gut gegen wehren das ist nicht komplett vorgeheilt es kommt ja okay mit einem sniper ok nehme mich so hin ja okay mit einem sniper ok das war wohl eher glück als alles andere skill weil ich das nicht benennen das war glück da sitzt schon wieder jemand da auch wow mister ich habe so viel kohle dass ich nicht normal spielen muss also ich weiß gar nicht wie gut die ausrüstung ist ich glaube die ist nicht schlecht das haben wir gerade ok wo ist denn mein sniper buddy ah aber ernsthaft kopf besitzt er noch im spawn what the fuck ok hätte ich den in die tür geworfen wäre es besser geworden aber nämlich mal so hin dauerhaft erhöhte schadensresistenz ok ich habe mich gar nicht vollheilen müssen ja ja eine waffe gegen meine es war klar dass ich den kampf verliert ich gehe jetzt aber immer wieder über diese flanke über diese seite rüber hat das blöd also das ist für mich wirklich blöd da kommen die spritze rein ich habe die frühe heilung zwar benutzt aber hat auch nicht gebracht alter die waffe dominiert mittlerweile das spiel ist echt übel jetzt sitzen wir da schon wieder ja man kann alter das ist doch so langweilig aber gut gibt mir die schadensresistenz mich gerne umsonst mit wieso challenge ich überhaupt da sieht man dass diese maschinenpistole nicht für den long range fight gedacht ist ob ich die jetzt hier einfach durch ok team hat es auch hier ja hier sind gerade zwei team jetzt durchgelaufen schon ich glaube wir können hier safe durch ich gönne mir jetzt aber hier mein artefakt schade 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 hätte gut laufen können soll aber nicht schade 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 schade